Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 6. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 611 und ich habe heute vier Themen für euch. Verschlucken, Erben, Löwe und Office. Und heute wird es ein bisschen kurios. Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, berichtet von einem Mensch, der seine Apple Watch beim Surfen verloren hat. Wo dann, oder die dann circa ein halbes Jahr später wieder gefunden wurde und noch funktionierte. Ich meine, das kann passieren, das ist toll, wunderbar. Ein bisschen kurios, wie gesagt, wird es heute. Denn es soll anscheinend laut der Daily Mail aus Britannien ein Mann in Taiwan beim Schlafen aus Versehen einen AirPod-Stöpsel verschluckt haben. Ja, ihr habt richtig gehört, er ist eingeschlafen mit den Stöpselnohren, hat ihn aus den Ohren rausbekommen und den Mund runtergeschluckt. Und anscheinend dann mit der Suchfunktion, weil er das Teil ja nicht gefunden hat, das Piepsen gehört in seinem Bauch. Noch sehr, sehr, sehr speziell. Noch spezieller, es ging dann direkt in die Notaufnahme, eine Darmentleerung fand statt. Und weiter muss ich nicht gehen, außer die Dinger haben anscheinend noch funktioniert. Ja, was für eine News, um in den Montag zu starten, würde ich doch sagen. Ähnlich, ja, kurios geht es in Deutschland so her. Da hat, wie heisse berichtet, die Erben eines verstorbenen iPhone-Nutzers geklagt. Und zwar gegen Apple, dass die die Daten zu der iCloud freigeben sollten. Das Landgericht Münster hat ihnen zugestimmt, dass das Apple tun muss und sie jetzt so vielleicht zu Daten kommen und ein bisschen mehr über die Auslandsreise und die Umstände des Todes mitbekommen könnten. Ähm, ja, wie heisse auch noch weiterberichtet hat, gibt es diverse Meldungen, dass das Ganze auch ohne Gericht zu fahren klappen kann. Bei Apple einfach den Erbschein zeigen und dann bekommt man die Zugangsdaten. Aber ja, ich hoffe, in Deutschland geht es nicht so weiter, denn ja, eigentlich sind die Amis die, die eigentlich wegen jedem Furz klagen. Ähm, weiter geht es mit Löwe. Ihr kennt sie vielleicht noch, die Firma, die so schöne und praktische Fernseher herstellt, halt eher im Luxus-Segment. Schön ist auch immer an sich Sache und praktisch und was sicher ist drumherum. Das Ganze, ähm, wurde ja schon mal im 2013 insolvent, also das Unternehmen besser gesagt. Und es wurde da ein bisschen zurecht saniert, doch das hat anscheinend nicht so ganz geholfen, denn es ist wieder soweit, Löwe musste oder muss Insolvenz anmelden, will es aber dieses Mal mit seinen 500 Mitarbeitern selber schaffen und auch alle weiteren Aufträge ausführen und auch wieder wachsen. Nicht im Bereich von den Fernseher, weil, ja, die teureren Fernseher sind aktuell nicht so gefragt. Eher im Bereich Audioprodukte und auch im Bereich Smart Home möchte man einsteigen. Wir dürfen gespannt sein. Immer wieder mal, wenn eine App aus dem Windows Store verschwindet, dann wird da gleich wieder, äh, ja, die Todesanzeigen ausgestellt. In diversen, ähm, Kanälen und in diversen Medien wird dann gleich aufgerufen von irgendwie, dass das Ganze tot ist. Vor allem, wenn es dann noch um UWP-Apps gibt, also um Universal Windows-Plattform-Apps, das heisst Apps, die ihr zum Beispiel auf eurem Windows 10-Device laden könnt. Gleichzeitig aber auch eine Version für die HoloLens und für das Surface Hub gibt. Oder wenn ihr euch ein Spiel auf dem Xbox kauft, welches es gleichzeitig auch dann zum Nutzen auf eurem Windows 10-Rechner gibt. Und so geschehen jetzt mit den Office-Apps. Die sind nicht mehr offiziell direkt über den App Store erhältlich. Aktuell zumindest ist es so, wenn ihr eine App oder das gesamte Paket zum Installieren anklickt, werdet ihr auf eine Webseite weitergeleitet. Jetzt die Office-Webseite, also die Office.com-Webseite und könnt das Ganze dann von da aus herunterladen. Ob und wie und warum das aktuell so ist, bis jetzt hat laut dem Beitrag auf Windows-Area.de Microsoft noch keine Rückmeldung gegeben. Wir dürfen gespannt sein und ich glaube, schrägstig, hoffe nicht, dass das die Todesanzeige vom Windows Store ist. Das glaube ich ziemlich sicherlich nicht. Ich bin zumindest aktuell gerade was am Runterladen. Von da, ja, die eine oder andere App gibt es noch. In diesem Sinn, das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für den Montag, dem 6. Mai, für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt einen tollen und erfolgreichen Start in die neue Woche. Ich freue mich, wenn ihr auch diese Woche wieder reinhört. Achim ist ja an der Republika. An all diejenigen, die auch da sind, viel Spass und schönes Austauschen, Netzwerken und Lernen. Ich bleibe zu Hause und habe ein bisschen was zu tun. In diesem Sinne, euer Pokipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.